Um wirklich ins Innere des Landes zu gelangen, benützten wir von Addis Abeba aus Lastautos. Mensch und Tier stoben beim Herannahen unseres Wagens in panischem Schrecken auseinander. Erscheinungen wie wir waren in Abessinien sehr ungewöhnlich. Die Bewohner der Dörfer liefen kilometerweit hinter uns her. Kaum dass wir stehen blieben, umringten sie unseren Wagen und bestaunten uns. Als wir uns einem Markte näherten, der mit seinem bunten Menschengewimmel eine Fülle filmischer Möglichkeiten versprach, erlebten wir eine bittere Enttäuschung. Die nach hunderten zählende Menge stürzte uns voll Neugierde entgegen, umringte uns von allen Seiten und war durch kein Mittel zu bewegen, den Marktbetrieb wieder aufzunehmen. Jetzt beginnt der anstrengendere Teil der Reise, da es keine Bahnen und Autostraßen mehr gibt. Man reist mit Reit- und Fakttieren und Feldausrüstung so einfach und ursprünglich, wie schon die Erstväter gereist sind. Unser Dolmetscher führt in amharischer Landessprache mühselige Verhandlungen über den Ankauf von Eseln. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist der Eselkauf bis zur Unterzeichnung des Vertrages gediehen. Ein letzter Versuch, noch unter der Hand aufzuschlagen, bleibt erfolglos. Die äthiopische Schrift ist uralt, recht kompliziert und daher schwierig zu erlernen. So ist das Schreiben eine hohe und seltene Kunst und der Eingeborene leistet für gewöhnlich seine Unterschrift in Gestalt eines Daumenabdrucks. Kredit wird nicht gewährt. Es werden nur Inkasso-Geschäfte abgeschlossen und der Betrag sofort in Maria Theresienthalern ausbezahlt. Es ist dies die noch heute kursierende Landesmünze. Sie trägt das Prägejahr 1708. Direktionsmodel Musik Musik Das Innere von Abyssinien besteht aus flachen Tafelbergen, die durch tief eingerissene Täler voneinander getrennt sind. Die Talgründe sind wild und unwegsam, von Fiebermücken, von todbringenden CC-Fliegen und von höllischer Tropenhisse erfüllt. Musik Allmählich erscheinen zwischen den fantastischen Kandelabereuphorbien der Hochstätte die ersten Wohnstätten der Eingeborenen. Es sind dies mohammedanische Gala-Stämme, die hier wohnen. Musik Wird mit einfachen Holzstangen gehörtet. Es ist Männerarbeit. Den Frauen bleibt die Aufgabe, ihn mit den Hacken weiter zu bearbeiten und für die Saat zurecht zu machen. Das Ausdreschen des Getreides, in der Hauptsache Gerste, wird dadurch bewerkstelligt, dass Ochsen tagelang im Kreise darauf herumgetrieben werden. Der Islam erlaubt seinen Anhängern, mehrere Frauen zu haben, eine nutzbringende Einrichtung für den Mann. Dieser hier lebt hauptsächlich von der Arbeit seiner zwei Frauen. Musik Neben der Feld- und Hausarbeit gehört es auch zu ihren Pflichten, die angebaute Baumwolle zu verwerten, sie zu zupfen, zu spinnen und schließlich zu Kleidungsstücken zu verweben. Eine besondere Pflege lassen die Frauen ihrem üppigen Haar angedeihen. Immer wieder wird es mit frischer Butter eingesalbt. Es soll den Haarwuch fördern. Leider befördert es aber auch, wenn die Butter dann ranzig geworden ist, den Geruch. Und der ist so, dass man gleich ohnmächtig werden könnte. Die Frisur ist ein kunstvolles Gebilde, die besteht aus zahllosen Zöpfchen, so dünn wie Rassenschwänze, die eng um den Kopf gelegt werden. Unter diesen Gala-Frauen trafen wir einmal eine wirkliche Schönheit an. Das heißt, wir vermuteten, dass sich unter ihrer Schmutzschicht eine verbergen müsste. So gingen wir daran, unter Opferung von sehr viel Seife, die Schönheit herauszuwaschen. Eine Prozedur, der sich diese Eingeborene in ihrem ganzen Leben sicherlich noch nicht ein einziges Mal unterzogen hatte. Sie werden zugeben, dass sich die Mühe lohnte. In einem der Dörfer begegneten wir einem Trupp von wandernden Priester. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine eigenartige, abergläubische Sitze ist die willkürliche Erzeugung von Brandnarben, um der sich die Eingeborenen eine Kräftigung der Muskulatur versprechen. Hier kommt einer der uralten Feuerbohrer zur Verwendung. Ein Holzstab wird darin bis zur Gluthitze gerieben und damit die Brandmale erzeugt. Bei Tieren wird ein glühendes Eisen verwendet. Durch das Brennen sollen Krankheiten und Gebrechen geheilt werden. Auf die Wunden gestreute Asche dient als Desinfektion und Heilmittel. Die Schnittnarben im Gesicht dieses Knabens sind Stammesabzeichen. Sie werden den Kindern schon im frühen Alter beigebracht. An den Narben, die mit einem sorgfältig abgezogenen Rasiermesser hervorgebracht werden, erkennt man die Zugehörigkeit zu Stamm und Sippe bei Heirat und Erbschaft. Fortsetzen sich nach Beendigung der Operation rahlose Fliegen auf die Wunden dieser gequälten Kronen.